und damit zeitgerüst mit dem zweiten art und der letzten art haben wir die dritte arena von tandor beschlossen die wasser pokémon arena hier und jetzt versuchen wir mal hier weiter zu kommen hier wahrscheinlich nicht ja wie kommen wir jetzt hier weiter wo geht die story weiter und welcher stelle wir haben die dritte arena geschlossen jetzt muss es jedoch und wo weiter gehen oder nicht strand ja der kam war ja in diese richtung so da guck mal kurz auf die karte ich vermute glatt das war da landen müssen Ja, wo sonst? Der Weg da oben ist versperrt. Ist naheliegend, dass wir hier dann... Was zum? Da passiert was... Zwergi, das... ... oder Emergency... ... oder so ähnlich. Look, der... ... der Aubergende Ocean. Oha! Ach du Schreck! So Tum... ... hat das Tum-Kraftwerk explodiert oder was? Ach du Schreck! There's been another explosion... ... at the nuclear broadband. After 10 years again... ... I can't believe it. Ach du Scheiße... ... das Kraftwerk ist explodiert. Oh du Schreck! I have to go to the island... ... immediately. People are in danger... ... this time... ... I'm going to make the foots... ... from you... ... Lucy... ... and... ... everyone else. It's lagging. You need to get out of here... ... this area is dangerous... ... waves of radiation will... ... be hitting in... ... the shore... ... any minute now... ... here... ... I want... ... you need to have this... ... or what? BBF... ... ferry tickets... ... okay... ... to the rest... ... there is a ferry... ... which will take you across the lake... ... to save to you... ... I don't know much... ... I don't own training... ... but I... ... think... ... there is a gym... ... there... ... too... ... I can't... ... talk... ... any longer... ... I need to go... ... is safe... ... and what is with the... ... what is with the... ... what is with the region... ... we can... ... here... ... the... ... you must flie... ... fescoge... ... not milk... ... na na na... ... ja... ... we... ... we must go... ... I... Kaufe erst mal ein. Du musst fliehen. Leute, ihr müsst hier weg. Ihr müsst hier dringend weg. Kommt mit aufs Boot. Ihr seid in Gefahr. Kommt mit. Leute, da ist gerade auf der Insel vor euch, vor eurem Dorf, vor eurer Stadt. So, kommt explodiert. Leute, was sitzt ihr so rum? Ist das das Schiff? The Land Troubles Life ain't for me, I can hear Ocean Carning, my name. Äh, Vera. Kann ich hier mitfahren? Ist das nicht im Westen? Gut, das sieht ziemlich nördlich aus, wo wir hier sind. Die Atomwellen kommen. Ich werde sterben. Ihr werdet alle sterben. Fliegt ihr nach mir. Ah. 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 What's wrong with this Pokemon? My catcher's. Tyler. Das sind zwei gar nicht. Grrr. Help. Aha. Ah. Tenku. Aha. Radioaktivist Tenku. Da, äh. Wenn du sie Shenmue ober ehm. Wenn be continuer. Ja, das dürfte machbar sein. Tenge ursache. So gut. Uiskthe eight gasp. Anvoss. Das ging schnell. Eh eh. Thank You. Ich weiß nicht, was falsch war mit dem Ding war. Es war ein Wird-Color. Es war ein Wird-Color. Es war vielleicht ein Shiny-Pokémon, aber ich war nicht normal. Es war ein Ding-Team. Und mein Stain-On-Color ist da. Es war wirklich, um mich zu attacken. Ich habe noch nie einen Pokémon gesehen. Ich habe euch ein Kind. Aber du solltest sehr vorsichtig sein. Ich denke, es gibt mir mehr Dinge aus dem Team. Ja, mein Team. Ich habe eins. Mein Oten. Die ist auch keine Fähre. Das ist schlecht. Ähm... Hatte jemand im Westen? Ich will mal nachgucken. Ich weiß, irgendwo eine Fähre sind wir in Switzerland. Keine Hilfe. Ich muss hier weg. Ganz schnell. Mein Vater hat mir ein Fährenticket gegeben. Das... Scream! Doppelkampf. Halt doch diese Pokémon-Greifen an. Cora... 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 Müssen wir die bekämpfen? Ja, machen wir mal. Schaden tut's nicht. So, na komm. Spark! Schau, wie geht das denn mit? Yo, sehr gut. Und mach's Platz, Pumpe. Sehr gut. Ist uns kein Hindernis mehr. Absolut keine Hörde mehr. Ja, kein Problem. Na los. Äh, was? Oh! Sag! Aroteus! You are okay. There's one who's Pokémon would jump out at you. I have never seen a wild Pokémon act like that. It's almost like the, uh... Attacking demons. In a pose. Uh... Stick with me. I'll keep you safe. Ranger joined you. Sehr gut. Wer mein Beschützer? Security! 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 Mit uns! Fragezeichen! 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 Wow! W-w-w-what was dat? Gardos! Holy sh... I am out on here! Sehr gute Security! Ja... Gyarados! Ein... Atomals Gardos! Na komm! Das fangen wir uns! Na komm! Das fangen wir uns! R-Krater! Na komm! Jetzt bitte durchhalten! Ich muss sofort besiegt sein! Sehr gut! Jetzt können wir's fangen! Gut! Das Pumpe ist vergiftet! Pokeball hier! Great! Na komm! Bleib drin! Eins! Zwei! Drei! Na komm! Verdammt! Verdammt! Das ist noch zu stark! Na komm! Na komm! Oha! Nur noch ne Attacke dir! Will ich nicht riskieren! Eigentlich nicht! Ähm... Great Bomb! Na komm! Hier rein! Eins! Zwei! Drei! 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 Verdammt! Das war knapp! Tschüss Pumpe! Oh! Jetzt hab ich noch die Pumpe! Naja! Eins! Zwei! Naja! Es sind halt schwächere Pumpe! Drei! 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 Nächste Pumpe! Genau! Markus! Vielleicht kann der was ansetzen! Vielleicht kann der was ansetzen, was nicht so sehr verletzt! Äh! Noch Smash! Das kann in die Rufe gehen! Oh! Okay! Muss aber nicht! Na komm! Ich will ihn fangen! Bring's in den roten Bereich! Sehr gut! Sehr gut! Super! Gweil! Jetzt bleibt drinnen! Eins! Zwei! Drei! Nice! Gweil! 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 Outdoor-Nuclea! Tsss! Tsss! It is an... Extremely visual envirant coke moni! When humans begin to fight it! It would appear in the plan everything! To the... Da kommt der Feigling wieder. Sie ist einfach so, dass sie einfach nur denken. Sie hat nur eine Säge, wie sie sich über den Handel-Araus-Araus-Bach auf den Weg ist. Sie waren wirklich ein Wachstum-Araus-Araus-Araus. ok ich hoffe mal dass die anderen nicht alle dran drauf gehen wir müssen ja mittlerweile auch getroffen sein nuklearen sache ich habe gespannt das ist aber nicht so Hier vielleicht... Ah, ja, hier. Give your tickets to the Sea Lord by my side. You will give all the information you need. Okay. Welcome to the Tandor Luxury Choice. Is that a cruise ticket? Welcome to a welcome aboard. Okay. Oh, auf dem Schiff. Welcome to the Tandor Luxury Choice. I know you are probably worried about the crisis as a nuclear power plant. But here you can relax. You may take a nap in your own personal room. Or you may explore the boat. May of the other passengers are Pokemon trainers like you. I am sure that they will be interested in the battle. Sehr gut, das Kampfschiff. The ferry left the harbor. Sehr schön. Jetzt können wir hier kämpfen, Raum für Raum. Ach ja, das war doch sehr schön. Die Musik ist etwas laut. Aber gut. Kampfräume. Ist das unser Raum, oder? Oh ja. So. Okay. Okay. There is no mail here. Okay. We don't want to sleep. So. Here. Come on. Nice. I am more of mountain lag. Being in a boat makes me so sick. And yet I fight. Sehr gut. Kampfboot. He has lost. Kampfschiff. Back the ship. Genau das. Spark. Oh stimmt. Wir haben ja... Der Ende ist noch nicht aufgemacht. Wir haben ja gerade verloren. Kampf gegen. Gagos. Quick Attack. Weg. Das gehen wir doch hin. Wenn wir in der Arenaleiter besiegt, dann gehen wir zu... Der oder die Arenaleiter. Dann gehen wir zu einem... Einfachen Trainer hier auf dem... Auf dem Schiffs... Auf dem Kampfschiff. Na komm. Nein. Scheinmal sind es die Elektroattacken hier nicht sehr gut. Deshalb muss ich irgendwie nicht dem hier kumpfen. Na komm. Na. Wir werden wirklich besiegt werden. Aber so ein bisschen was können wir noch anrichten. Na komm Attacke. Hat sich selbst wieder geheilt. Na komm. Das mache ich alle. Gut. Mit dem nächsten. Man macht... Äh. Attackierung. Ja. Das ist immer noch eine... Eine Ursache. Roter Puls. Und gerade nach der letzten Arena erlernt. Schöne Attacke. Auch schlimme Attacke. Und uns sehr viel kostet im Arenakampf. Ja. Äh. Guck mal. Team Zero. Oh. Zero. Oder so. Warte Puls. Sehr schön. Das Ding war nicht auch im Team. Wir schaffen es mal. Sehr weit. Vielleicht nicht heute in diesem Partner mal weit. Das Team ist schon so auf 25, 24. Oder 24. Oh. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Mal mein Schlatterpumpen zu entwickeln. Das entwickelt sich finde ich nicht komplett seit Stiegen. Das wäre 19, 20. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und wenn wir da mal eine Entwicklung kriegen könnten. Also. Eviden haben wir schon entwickelt. Also. Das Pumpkin haben wir entwickelt. Wir haben. Das ist gut. Und es ist gut. Und es ist gut. 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 Warum nicht du das hast. Auch nicht kurz. Ja. Quick. Ok. Ich würde gerne ein bisschen Heilung bekommen. Schlafen können wir hier nicht. Schade. Vielleicht in meinem Raum hier. Das scheint in meiner zu sein. Ein bisschen Heilung. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Zeit verschlafen. Wir können immer noch kämpfen. Sehr gut, der Nächster. Ich versuche, eine RELAXING-Truppe zu haben. Aber ich kann nicht mehr über die Nukleare. Vielleicht wird die BATTLE von mir ausgehen. Sehr gut. Wir haben bestimmt die Amerikaner. Wir müssen gegen ein paar Leute hier. Hier haben wir auch das Boot erkunden. Wir müssen für Let's Play ein bisschen was haben. Für das Let's Play das Boot zeigen können. Ich hoffe, nach den zwei Kämpfen ist es nicht schon vorbei. Dann lieber ein bisschen die Location-Side. Kämpfe machen. Au bei. So, das war's mit Bumpel. Schade. Ich werde ein neues Level gebrauchen können. So, Modi. Du wirst noch ein neues Level. Du bist schon wieder in der Welt. Du sollst dich vor allem entwickeln. Flamme-Wear. Na komm. Flamme-Draht. Sehr gut. Erfangspunkt für Modi. 23. Sehr gut. Ich kämpfe erst mal weiter. Oh wei. Oh wei. Da sind wir in ner Tofu überhängt. Hm. Sieht immer nicht aus wie Tofu. Flamme-Wahrt. Das hat ja sehr viel gebracht. Applaus. Verbrennung. Das ist ja nicht schlechtes. Verbrennung ist gut. Auch wenn Modi tot ist. Also wenn Modi gesiegt ist. Wird das noch weiter ein Schaden? Ja. Ich würde es mal wechseln. Wenn wir noch ein paar Erfangspunkte üben. So. Wer kann denn da kämpfen? Wer kann denn da? Und sich wieder auf die Erde wissen. Wenn da muss man achten. Dass die sich mal ein bisschen seltenmäßig verteilen. Das wäre nicht schlecht. Aber okay. Verbrennung schadet ihn. So. Der Mawai. Sehr gut. Die nukleare Kraft hier ein Boot bringen. Ich hatte eben auch gesagt, dass er Angst vor dem. Vor der nuklearen Kraft hat. Und jetzt setzt sich die auf ihren Pokémon an. Sehr gut. Das ist bestimmt. Das wird jetzt bestimmt sehr toll. I couldn't concentrate. Deswegen hat 624 Pokémon gelauert. Jetzt kann ich wieder aufgehen werden. Wie die Trainerin hervor. Sehr schön. Wir haben ja einen Kampf fürs Rom fertig gemacht. Einmal gegen zwei Trainer in einem Raum gekämpft. So. Lasst uns mal ein bisschen die Gegend hier erkunden. Lass uns mal nicht in die Räume reingehen. Lass uns mal nicht in die Räume reingehen. Lass uns mal gucken was es so gibt. Hier die Treppe hoch zum Beispiel. Oh. Hallo Käpt'n. Hallo da. Ich bin der Trainer. Ich bin der Käpt'n. Auf dieses Schiff. Aber ich bin seeseig. Und wir sind nicht in den Osten. Was ein Kapitän der See-Kong ist. Was ein Kapitän der See-Kong ist. Was to do? Was to do? Was. Was's. 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 Das ist so much better. Was's. Was's. Ähm, aha, okay. Schade. Hat nichts für uns. Schade. In Originalspielen gab es hier ein wichtiges TM, irgendwas ganz wichtiges gab es hier. Okay. Hier geht es nicht weiter. Sehr schade. Ja, dann können wir mal die Räume hier. Wenn es hier nicht weiter geht. Hm. Ist aber kleiner, als ich mir vorgestellt hätte. Mhm. Hier auch noch ein Trainer. Oh. Theo, was macht denn der hier? Das ist du. Ich meine, du, of course. Ähm, du bist hier. The next gym is this way, isn't it? It beat, I beat Karni. It was hard, but my Pokémon tried their best. Okay, ich kann nicht kämpfen, wenn wir nicht. Say, this is dumb, but I am sort of scared. Wait, no. I didn't say that. I am never scared. I am gonna be the best trainer ever. Still, that, um, that is strong. He is got strong Pokémon. Your dad is a Ranger, right? You have everyone. You have better... I mean, uh, just when I battle. Yes. I don't care about what's happened at the poor plant, right now. I, uh, all I care about is beating you and... Nice. I'm getting tear off dem Schiff. So muss das. I'm going to know an Irkontarm. Off dem Schiff. I'm going to get allgemein. I'm going to... Oh, there comes to the Gantum. Evidently, Evidently. Okay, good. Meins ist ein bisschen unterleveled. Warte, but I guess I'm attacking, wie es ausschaut. Na, komm. Na, komm. Boost. Heilung. Ja, von mir aus. Na, komm. Halt's durchprobieren. Es hält sich das immer wieder selbst. So kann das doch nichts werden. Okay. Halt's durch, halt durch, halt durch. Sehr gut. Jetzt mach's alle. Sehr gut. Meins ist das Bessere. Den größten Ring, der das Level hat. Nice. Das hat er können. Heute kämpfen. Bis zum Schluss. Acht, scheiße. Was kommt denn jetzt anbekommen vor? Ich hab halt irgendwie ein Deja Vu. Dieses Gantum kommt heute anbekommen vor. Oh, Schreck. Ein paar Warten. Los geht's. Come my way. Na, komm. Mach's alle. Fast. Durchhalten. Nein. Verdammt. Okay, das kann ja schlimm werden. Ja, das war jetzt die super Entscheidung. Natürlich. Modi. Scratch. Oh, wei. Das war ja klar. Bis jetzt kein Trank ein. Bis jetzt kein Trank ein. Bis jetzt kein Trank ein. Komm. Muss ne, nein. Quick attack. Au, kacke. Das lebt noch. Das lebt's noch. Au, kacke. Das Ding kann angeifen. Na komm, Acerz. Na komm, mach's alle. Sehr gut. Das haben wir besiegt. Bis jetzt. Mit Minus-Nut. Wie viele Pummen hast du denn noch? Na, Pupp. Na, Pupp wahrscheinlich. Okay, es hat durch noch einiger. Der hat noch einiger. Unsere Rivale. Oh, kacke. Wir sind zu schwach. Zwei Teilen. Ähm. Wir lieber haben wir noch uns dabei, oder? Drei haben wir noch. Ja gut. Verschwinden wir jetzt hier wieder in den Kampf, aber... Naja. Ich will ein paar Wanderdekel mit Pumpe kämpfen. Vielleicht haben wir dann eine Chance. Hat er noch drei Pokémon? Oder sind das zwei? Äh, nein. Potion. Was machst du denn denn? Äh, nein, nein. Don't the nose. Was machst du? Sehr gut. Markus ist unser letztes, unser schwächstes Pokémon. Los, bei Wander. Nein, Pumpe. Habe ich jetzt Pumpe geholt? Ich bin nicht, bin ich da blöd. Ich habe das falsche Pokémon gehalten. Nein. Er täten wüsst. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Wir sind am Arsch. Äh, ja. Soviel dazu. Ich bin gerade unkonzentriert. Irgendwie habe ich hier Scheiße gebaut. Das ist wahrscheinlich meine Beleber. So, Mist. Und meine Tränke. Ein bisschen Konzentrations-Agie. Ach, Kacke. Das kann auch nicht sein. Konzentration? Oh, du wirst es jetzt hier los. Na, komm jetzt hier. Vielleicht kannst du jetzt trotzdem noch mal ein bisschen was einsetzen. Sehr gut. Hat mal gewirkt. Sehr gut. Nimmerpapp besiegt. Und weiter kämpfen. Noch kann er kämpfen. Vielleicht auf mal setzt. Ist ja gut. Spritzi. Na, komm. Nimmerkattern. Nass. Probier, du weißt, ob das immer gut ist. Ich weiß nicht, dass welche... Oh, was. Metallic's. Metallic's. Aha. Sein Start hat Hunger. Jetzt ist es also schon mit der 28. Oder früher. Oh wei. Los, Kalwanda. Du musst das jetzt... Ja, Moly können wir nicht mehr heilen. Wir müssen schon, aber... Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Come away. Ähm, ja. Ach, du Scheiße. Ja, gut. Wir waren zu schwach. Wir hatten uns aber schon fast besiegt. Zu Pokémon Center. Was? Im Ernst? Sind wir zu Pokémon Center gerannt? Ach, du Scheiße. Ach, du Schreck. Ähm. 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 Das ist jetzt nicht gut. Ähm. Hilfespiel. Wenn jetzt die Fähre abgelegt ist, dann ist... Ach, du Scheiße. Gehen wir zum Pokémon Center zurück. Wir dürfen auch den Schiff nicht verlieren, oder? Ähm. Es ist, ähm... Wir haben vielleicht in der Kabine aufgewacht. Wir haben in der Kabine aufgewacht. Eigentlich hätten wir in der Kabine aufwachen müssen. Okay. Das Schiff ist noch da. Okay. Dann kommen wir an Bord. Schiff ist trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Nochmal gegen Q kämpfen, oder? Nein, die Partslinge ist auch eigentlich erreicht. Oh, guck mal. Na, mein Helm. Schiff ist, ähm. Ich glaube, schneid euch das mal zusammen. Man muss hier ein paar Kämfe machen, damit ihr... Da muss man nur die Zeit abwarten. Ich will zumindest jetzt nochmal den... Das Anlegen mit drauf haben, dass wir jetzt hier sehen, dass ich hier... Ich will nochmal den Kapitän. Was soll man hier mit dem machen? Ja, es klingt sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Okay, dann mache ich noch ein paar Kämpfe hier. Und dann... Zeige ich euch noch das Anlegen. Dann machen wir Schluss hier für heute. Und dann machst du noch ein Pastor. Okay, dann machen wir nochmal die Rei. Und dann delicious. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. What the fuck? Was zum Ich hab noch nicht gespeichert Du wollt grad nur noch im Bett Ich hab's doch gesehen Ich hab's doch gesehen